Sie leiten einen Fertigungsbetrieb und müssen Präzisionsteile zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit kurzen Durchlaufzeiten liefern. Der Idealfall wäre, eine große Menge eines Teils zu produzieren. Mit nur einer Zeichnung und einer Einstellung. Ihre Maschinen könnten rund um die Uhr laufen. Tatsächlich produzieren Sie aber viele verschiedene Teile. Sie wissen nie, welcher Auftrag als nächstes kommt und welche Daten Sie zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr CAD-CAM-Experte schlägt sich mit dem Programmieren der unterschiedlichen Teile herum. Während der Bediener Däumchen dreht. Das ergibt längeres Umrüsten, mehr Ausschuss, mehr Überstunden. Den Auftrag erledigen Sie zwar, aber die Gewinnspannen sinken mit jeder Bestellung, die hereinkommt. Bei manchen Aufträgen verlieren Sie sogar Geld. Was wäre, wenn Sie kleine Mengen unterschiedlicher Einzelteile so Gewinn bringen, wie einen Großauftrag produzieren könnten? Mit Horco geht das. Horco-Maschinen sind berühmt für ihre Stabilität und Genauigkeit. Durch das schwere, gusseiserne Maschinengestell und die erstklassigen Bauteile bearbeiten Sie auch die härtesten Materialien mit absoluter Präzision. Die Maschinen werden unter einem Dach entworfen und hergestellt. Für jedes Bauteil und alle Serviceleistungen ist eine Firma zuständig. Das Erfolgsrezept ist jedoch Horcos Steuerungstechnologie. Mit der Horco Dialogsteuerung lassen sich alle typischen Teile ohne G-Code programmieren. Ihr Bediener kann die Daten aus einer Zeichnung einfügen oder von der Skizze auf einer Serviette. Und DXF-Dateien werden sogar automatisch verarbeitet. Und während ein Auftrag läuft, kann der nächste schon programmiert werden. Jetzt können sich Ihre CAD-CAM-Experten auf die komplexeren 3D-Teile konzentrieren. Horco ist kompatibel mit Ihren derzeitigen NC-Programmen und CAM-Anwendungen. Und besitzt eine blitzschnelle Prozessleistung und viel Speicherplatz, um Ihnen die Beladeüberwachung und das Arbeiten mit grossen NC-Dateien zu erleichtern. Sie können sogar NC- und Klartext-Dialog für maximale Flexibilität kombinieren. Horcos neue Ultimotion Control Technology nutzt eine patentierte Technologie, die Millionen von Berechnungen durchführt, um die Look-Ahead-Funktion zu optimieren. Und optimiert Werkzeugbahn und Vorschub in Echtzeit für kürzeste Fertigungszeiten. Die Bewegungen sind ruhig und schnell, mit 30% kürzeren Durchlaufzeiten, bei gleichbleibender oder besserer Oberflächenqualität. Egal welche Anforderungen Sie haben, diese innovativen Steuerungs- und Bearbeitungstechnologien finden Sie nur bei Horco. Ganz einfach, mit Horco wird alles Unnötige, was Sie von der Produktion abhält, überflüssig. Da siegt Köpfchen übers Metall. Erfahren Sie mehr unter horco.de